H-Projekt gibt es seit 25 Jahren unter der Leitung von Andreas Schmauder, wobei die Friseurtradition in der Familie Schmauder bereits 1959 begonnen hat. Wir betreiben zwei Friseursalons in Sigmaring. Unser Hauptgeschäft ist hier am Leopoldsplatz und in der Georg-Zimmer-Eurer-Straße betreiben wir eine weitere Filial. Insgesamt sind wir ein Team mit circa 30 Personen. Sechs davon sind Azubis. Wir arbeiten so erfolgreich, weil wir Spaß an unserer Arbeit und einen besonderen Zusammenhalt haben. Und hier Kollegen oft auch zu unseren Freunden werden. Nach der Ausbildung bleiben die Azubis fast immer als Gesellen im Team. In den vergangenen Jahren haben einige Azubis von H-Projekt als Klassenbeste ihre Ausbildung bestanden. Viele Team-Events und Schulungen tragen dazu bei. Wir sind dankbar und stolz bei H-Projekt zu arbeiten. Wir sind nicht nur Mitglied bei Intercoiffeur, sondern haben es auch als Team unter die Top 50 Salons in Deutschland geschafft. Wir bieten nicht nur klassische Friseurdienstleistungen in Perfektion an, sondern auch hochwertige Echthaarverlängerungen und Verdichtungen sowie Perücken. Seit Neuestem bieten wir auch als Einzige in der Region den Calligraphy Cut an. Unser Hauptgeschäft am Leopoldplatz bietet für jeden Gast einen eigenen Bereich. Das Momentum, ein Raum für besondere Privatsphäre. Das Minimum, ein separater Kindersalon mit Spielmöglichkeiten. Unser Maskulinum ist unser cooler Fernsalon. Wir legen sehr viel Wert auf Wohlfühlambiente. Das bestätigen uns sehr viele Kunden. Wenn auch du mit uns gemeinsam Spaß und Erfolg haben möchtest, bewirb dich jetzt! Wir freuen uns auf dich! Jurgen Absatz Also, wir werden uns auf den Bildern auf dem Bildern anbieten. Wir freuen uns auf und auf die Umgebung!